Die mündliche Abiturprüfung in Geschichte und meine besten drei Tipps hierzu. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Heute zum Fach Geschichte in der mündlichen Abiturprüfung und meine drei besten Tipps. Deswegen lassen wir uns sofort mit dem ersten Tipp beginnen und zwar ist das Brenne für die Themen. In Geschichte glaube ich ist es mit am einfachsten auch wirklich eine ehrliche Begeisterung für alles was da passiert ist aufzubringen, weil es nun mal unsere eigene Menschheitsgeschichte ist. Und ich denke bei deinem Geschichtslehrer ist es genauso wie es bei meinen war und zwar die lieben das einfach. Ja die finden es super spannend sich da mit der Weimarer Republik, Industrialisierung, Erster, Zweiter Weltkrieg und so weiter zu beschäftigen und dementsprechend solltest du das auch tun. Nicht zwangsläufig weil es dich selbst wirklich so krass interessiert, sondern einfach nur weil es super wichtig ist, dass du irgendwie mit dem Lehrer connectest. Ja das heißt natürlich kannst du grundsätzlich faktisch alles richtig sagen, nur wenn das so dahergeleiert ist und der Lehrer irgendwie nicht so wirklich fühlt, dass du irgendwie spannend findest, dann wird das so nicht ankommen. Und wir brauchen uns nichts vormachen, Noten sind zu einem gewissen Grad ohnehin schon gewissermaßen lehrerabhängig und in der mündlichen Abiturprüfung nimmt es natürlich nur zu, weil es kommt deine Ausstrahlung dazu, es kommt dein Aussehen dazu, es kommt auch einfach deine Aussprache dazu und natürlich auch irgendwie die Begeisterung, wie du es sagst. Ja wenn du was schreibst, da klingt alles fast gleich. Ja da merkt man nicht, hat das jemand jetzt voll euphorisch geschrieben, außer jemand schmückt das total übertrieben aus oder hat das einfach nur so eine Gelangenweite hingeschrieben. Nur beim Schreiben oder ich meine natürlich beim Sprechen merkt man das sofort. Ja man merkt das sofort, ob jemand gerade, der sich wirklich denkt, boah und dann war da der Krieg und dann hat die Nation das gemacht und bam, bam, bam. Und der Lehrer denkt sich irgendwie, wow, da höre ich selbst gerne zu. Oder ob es eben nicht so ist. Deswegen versuch auch da einen großen Wert darauf zu legen, dass du irgendwie auch was rüberbringst, Energie beim Sprechen rüberbringst, weil das merkt der Lehrer. Und dann ist es vielleicht auch manchmal gar nicht so wichtig, ob du inhaltlich jedes einzelne Detail kannst. Solange du es irgendwie sehr gut rüberbringst, hat der Lehrer einfach das Gefühl, wow, da steckt echt was dahinter und wird dir dementsprechend auch eine bessere Note geben. Zweitens, nicht nur Fakten, sondern auch Zusammenhänge. Oft hat man das Gefühl, oh ja, okay, Geschichte ist irgendwie so aufgebaut. Es gibt neun verschiedene Themen und bei jedem Thema gibt es irgendwie zehn Jahreszahlen, wann was passiert ist. Und wenn ich nur den Namen davon nennen kann, was zur jeweiligen Jahreszahl passiert ist, dann kriege ich 15 Punkte. Nein. Natürlich ist es sehr gut, wenn du das, wie ich es immer nenne, Informationsskelett drauf hast. Das bedeutet, oh, zu der Jahreszeit ist das passiert, dann ist das passiert, dann ist das passiert, dann ist das passiert, dann ist das passiert. Das ist natürlich super wertvoll, weil es irgendwie das ganze Konstrukt ja darstellt, was du überhaupt machen sollst und worum es überhaupt geht. Nur, gerade wenn du in die höheren Punkte-Bereiche kommen möchtest, reicht das eben nicht. Sondern es ist wichtig, dass du die Zusammenhänge kennst. Nicht einfach, okay, das passiert, und dann ist einfach so, das passiert, sondern das passiert, was dann aufgrund von XYZ zur nächsten Sache geführt hat. Das heißt, warum hat die eine Nation dann auf einmal die andere Nation angegriffen? Warum hat der Politiker dann auf einmal die Maßnahme veranlasst? Warum? Warum? Und ganz ehrlich, das ist dann auch das, kombiniert mit dem ersten Tipp auch, wo du dann überhaupt diese Begeisterung auch rüberkommen lässt. Weil natürlich ist Geschichte gewissermaßen ein bisschen langweilig, weil man nur das Gefühl hat, dann muss ich nur Events, Namen und Zahlen auswählen nicht lernen. Aber wenn du erstmal verstehst, Moment mal, das hat alles irgendwie vielleicht auch psychologisch in der Grunde. Da geht es vielleicht auch um Massenpsychologie, da geht es vielleicht auch darum, dass eine einzelne Person vielleicht nach Macht gestrebt hat und dementsprechend auch das Konsequenzen für ein ganzes Volk hat. Egal, was es ist, aber gerade in diesen Zusammenhängen, da liegt ja erst das Spannende, da ist ja vielleicht auch genau erst das, was den Lehrer selbst über dieses Fach so fasziniert. Und wo du ihm auch zeigen kannst, dass du da eben auf einer gleichen Wellenlänge bist und vor allem natürlich auch, dass du die Hintergründe verstehst. Dass du eben nicht nur da saßt und es ein bisschen gelangweilt auswendig gelernt hast, um es dann in der Prüfung runterzuleiern. Sondern dass du dich wirklich ernsthaft mit den Themen auseinandergesetzt hast und da einfach auch erkennst, was das vielleicht auch für eine größere Bedeutung vielleicht auch heute noch für uns hat. Und dementsprechend geh da wirklich auch intensiver rein. Es wird zum einen deine Motivation erhöhen und zum zweiten natürlich dir auch eine wesentlich bessere Note verschaffen. Drittens, verschiedene Blickwinkel einnehmen können. Und ich glaube, das fällt gerade in Geschichte uns oftmals sehr, sehr schwer. Weil wir Menschen haben oft eine sehr schnell, eine sehr, sehr klare Meinung über Themen. Und gerade im Gymnasium geht es halt schon auch darum, dass man lernt, überhaupt mal objektiv und sachlich zu diskutieren. Gewisse Thematiken aus verschiedenen Gesichtspunkten auch zu betrachten. Und das wollen die Lehrer auch gewissermaßen im mündlichen Abitur sehen. Ist nicht zwangsläufig, dass es so passieren wird, weil jeder Lehrer ist so unterschiedlich und da ist ja das mündliche Abi doch auch sehr, naja, auslegbar von Seiten des Lehrers. Aber es kann oft sein, dass der Lehrer mal fragt, okay, was sind denn zum Beispiel Dinge, die man daran positiv sehen kann und Dinge, die man auch daran negativ sehen kann. Ist ja zum Beispiel, keine Ahnung, mit den verschiedensten politischen Themen so. Ich meine, es gibt ja auch heute noch immer wieder wesentlich ältere Menschen, die zum Beispiel jetzt, um so das plakativste Beispiel zu nehmen mit Hitler, die sagen, naja, für Deutschland hat er super viel getan, so mit Straßenbau und Kanal und ich habe mich damit selbst auch nicht so viel beschäftigt. Aber sogar auch bei diesen allerkrassesten Themen, wo eigentlich jeder so der Meinung ist, das war so eins der schlimmsten Dinge, die in unserer Geschichte jemals passiert sind. Und selbst da gibt es wieder irgendwie auch Sachen, die irgendwo auch dafür sprechen. Und deswegen, egal welche Thematik es ist, versuch mal alle Blickpunkte zu betrachten. Versuch vor allem auch, dass nicht nur, das ist eine richtig geile Sache, ich fand unseren Geschichtslehrer nie so spannend und unterhaltsam, aber diese eine Sache hat mir echt nochmal zu denken gegeben. Und zwar, dass man eine Geschichte jetzt nicht immer nur rückblickend betrachten sollte, sondern stell dir jetzt im Nachhinein sagen alle, oh mein Gott, wie konnte sowas wie das Dritte Reich passieren. Nur dann auch mal die 10, die 5, 10, 20 Jahre vor der Machtergreifung, was auch immer da alles passiert ist, zu schauen, wie war denn die Situation, warum, da sind wir wieder bei Zusammenhängen, warum hat das denn zu dem Ganzen geführt? Wie konnte es sein, dass sich sowas so entwickelt hat und dass vielleicht auch vermeintlich nichts dagegen getan wurde? Deswegen, guckt euch da wirklich die Details an, schaut es aus den verschiedenen Gesichtspunkten, weil ihr merkt schon, auch im Laufe dieses Videos, wir werden wesentlich differenzierter und du merkst selbst, wow, okay, manche Themen sind vielleicht, auch wenn sie auf den ersten Blick so total schwarz-weiß wirken, vielleicht total facettenreich und genau in dieser Facettenreiche ist es einfach super, super spannend und dementsprechend geht da tiefer rein, weil gerade das kannst du in der mündlichen Abiturprüfung extrem gut in Geschichte herausstellen und dann entsprechend auch sehr, sehr hohe Punkte einfahren. Deswegen, in diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich, wir beisehren uns im nächsten Video. Dein Leo. Dein Leo. Dein Leo. Dein Leo. Dein Leo. Ja, 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 ja.